Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir wollen uns das ME System aufbauen. Dazu brauchen wir hier erstmal verschiedenste Sachen. Und zwar das da und Basic Prozessor. Ach so. Okay, wir brauchen Redstone erstmal. Das finden wir jetzt aber alles unten was wir dazu brauchen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, sind wir am Popölchen. 11 Redstone. Willst du mich verarschen? 12. Okay, hier mal das erste. Äh, Crafting Table haben wir hinten. Den hol mal. Hallo? Oh! Äh, 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 Scheibencluster. Komm mal ganz kurz her, Werkbank. Äh, so. Wir hauen nachher weiter durch die Schmelze. Das. Das. Okay. Ähm. Ne, warte mal. Das habe ich doch jetzt. Das hier. Ey. Mann, was soll das? Wir machen erst mal nur acht Stück. In der Zeit, äh, äh, ausschalten. Äh, gut. Das muss man anlassen. Aber wir können das hier mal ganz kurz ausschalten. ne? Kann man nicht das hier alles mal reinschmeißen, ne? Und das hier zusammen kraften. Denn das ist ein bisschen viel geworden, ne? So. 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 Ähm. Ähm. Was war jetzt das Silver? Habe ich hier noch irgendwo Silver? Ne. Dann geht das erst mal wieder rein. Dann kommt das hier raus. Hören schneller, Dude. So. So. Ähm. Das hier rein. Das raus. Einmal zusammen kraften, bitte. Warum habe ich jedes mal einen Block davon mit drinne? Oh, von irgendwas anderem. Ich frag mich echt, was das soll. Ähm. Hier. Alles wieder raus. Bevor das weggesaugt wird. Und wie viel haben wir noch? Ach. Da ist doch noch irgendwas dabei, oder? Ne. Ne. So. Das hier müsste fertig sein. Acht Stück genau. Jetzt müssen wir mal gucken. Das geht nicht. Aber das geht davon eins. Davon eins. Kann man jetzt. Kann man das nicht schon anders herstellen? Come on. Ähm. Ähm. Gold. Gold, 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 Gold. Haben wir zum Glück noch hier unten was in der Kiste? Hehehehehe. So. Ähm. Ähm. Ich muss ganz kurz hier wieder anordnen. Sonst kriege ich eine Macke. Das, das, das. Und der Ring kommt dahinter. Das hoch, bitteschön. Blopp. Da oben kam ein Ei. Ähm. Wir brauchen aber wieder Silikon. So wie es aussieht. Irgendwo hier hatte ich die Star. Hi. Hi. Ich bin auch mal da. Wow. Ganz schön spät. Hehehehehe. Ja. Und wie weit ist deine Insel? Super weit. Glaub ich dir nicht. Ich auch nicht. Ich bin gerade dabei SME herzustellen. Ist schon so. Ja. Ich fange jetzt an die ersten Sachen zu craften. Ich habe jetzt, äh, also heute früh in den Folgen nicht aufgenommen und gesagt, ich mache jetzt nach und nach die Mods. Nicht mal so kreuz dafür quer. Und wenn du die Erzkiste hier siehst, du fällst tot um. Und wenn du die anderen komischen Barrels hier siehst, die an den Seas dran sind, fällst du erst recht tot um. Hm. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Zu viel ist gut, ne? Wie war das? Äh, Iron, äh, Orpies und Gold. Orpies. In die Schmelze. Oder nur eins davon. Eisen und Gold kannst du zusammen in die Schmelze hauen. Da passiert nichts. Okay. So, das dort hin. Das dir Ding dort hin. Das rote Ding dort hin. Wo? Ne, oder? Ich brauche schon wieder so einen Block. So. Das da. Äh. Das Hammer. Das Hammer. Jetzt brauche ich. Ey, das ist zwar leichter als Applied Energistics, aber du musst hier echt aufpassen, dass du zu viel von allem verbrauchst. Vor allem da komischerweise mein Redstone irgendwie flöten gegangen bist. Also kaum noch was rauskommt aus den Thieves. Flöten gegangen ist es ja. Jetzt hat es ja CO2 geliehen. Hm. So, ne Werkbank. Das und das erstmal. Ja. Ich will die Werkbank behalten und nicht den Cobblestone. So. Aber das nächste Bauteil. Hehehehe. Jetzt fehlt der Disk Drive. Ach Gott, ich bin nicht mal ansatzweise mit dem MP soweit. Äh, machen wir gleich 4. Ja du, die Festplatten, das ist dann das Schwierige. Weil ich will halt keine EMK. Ich will direkt 64K haben und da gehen wieder Ressourcen flirten ohne Ende. Deswegen ärgert mich, dass das hier, dass hier kein Redstone beim Thieven rausgekommen ist. Das waren gerade mal 12 Stück oder so. Hm. Äh, Quantum Eisen da. Das da raus, das da rein. Ich bin noch am überlegen, ob ich meine Insel so groß lasse oder ob ich die ein bisschen verkleine. Das ist halt jetzt so dieses hin und her bei mir. Weil hier unten habe ich noch so viel Platz, hier weiß ich gar nicht wo ich hin bauen soll. Und wenn ich jetzt hier oben die Botania Ecke da noch mache. Okay, ich hätte da noch ein bisschen Platz für andere Sachen. Für Blood Magic. Ja. Ohohoho. Oh Blood Magic. Ja da, den Mod kenne ich nicht. Da muss ich mich auch reinfuchsen. Weißt du was? Ich kenne gar keinen Mod. So ein bisschen schon. Doch, den Essens Mod. Ja. Den wirst du wohl können. Ja, der aber sonst. So, da haben wir die zwei Drives. Ja. Jetzt geht es an die Diskretten. Silikon, Redstone, Glas. Ja. Schön. Das ist zum Mäusemelken. Ich brauche hier unten erstmal eine Kiste, wo ich alles rein schmeißen kann. Eins, zwei. Da und da. Ich brauche neue Ender-IO-Cable. Und zwar Item-Leitung sowie Stromleitung. Ein Atomic Reconstructor. Ja, das ist die Bzzz-Maschine. Hm. Habe ich bei mir unten stehen. Die brauche ich, um Bzzz zu machen. Okay, und was willst du Bzzz-Maschine? Äh, hier. In Nori Crystal Block. Gesundheit. Ja. Ist der schwarz? Ist der weiß? Weiß. Was? Ah, okay. Brauchst du zwei Blöcke davon, oder? Willst du irgendwas bestimmtes craften? Ich hab gesagt, du brauchst bestimmt zwei Blöcke davon, denn du willst bestimmt was bestimmtes craften. Hm. Ich verbiete dir das craften so. Ey. OP-Rechte ausnutzen. Nein. Nein. Würde ich nicht machen. Ich spiele fair. So, 48 Item-Leitung, 24 Stromleitung. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich brauche noch mehr Stromleitung. Du leckst gerade. Ganz auf. Ja. Mist. Äh, ich komme mal kurz zu dir gucken. Im Übrigen, äh, nicht wundern, da wo vorher die Mini-Insel war und der Laufsteg, da ist jetzt ein anderer Steg entstanden und ein fliegendes Schiff. Hm. Cool. Ja, da kommt ein Portal drauf. Heil dir Holzi. Ich und mein Holz. Hahaha. So. Genau. Äh, hast du so ein Chisel und Bit-Ding hier? Äh, ja. Gib mir das mal bitte, 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 bitte. Ja. Äh. Warum das... Ach, das. Ach, das. Ach, das sind sogar noch welche drin, das ist gut, dann brauche ich. Das dort erstmal nicht. Äh. Äh. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Was machst du da? Drei, vier, fünf. Ach Gott, ich muss das von hier oben aus machen, 1, 2, 3, jetzt muss ich gerade selber überlegen, erkennt man, ne, jetzt erkennt man die Scheiße. Ich und? Ich brauch doch nochmal dieses Schüsselbittingsbums Teil, achso. Schreibe ich das halt drunter. Oh mein Gott. Ne, dann muss ich das so machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Ii. So. Das M habe ich so gemacht, das passt bis hier hin. Das sieht aber auch gut aus, ich und mein, wie viel war das, 4, 5? Ich brauche davon was. Wo geht denn das hin, ich habe das erst eingesammelt. Das ist in der Tasche. So ein Arschloch. Das wird automatisch da rein. Das ist ein Arschloch. Toll, jetzt wurde das hier drauf gepredigt. So. Ja, ich und mein Holz. Wow. Ich hätte auch ich und mein Horst schreiben können. Das erst mal screenshotten. So. Ich bin, achso, ja, ich bin wieder drüben. Ja, ja. Wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst, melde dich einfach. Aber wie war, oder warte, die Frage stelle ich in der nächsten Folge. Denn die ist jetzt hier zu Ende. Ich bin, achso, ja, ich bin, achso, ja. Und zwar war es ein Arschloch. Ja, ich bin ja, ich bin ausmacht. Ich bin, achso, ja, ich bin. Bis zum nächsten Mal.